hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von lifo company wie schon letztes mal sind auch dieses mal wieder mit dabei johnny steve lukas mr eule und paladin ein mikrofon richtig eingestellt nein er ist bisher ist ein schein an 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 viele kann noch ein wochen kaufen dann könnt ihr drei ich nehme hier bin ich dass sie dreimal gehen ok das heißt wir gehen nicht feuerleiter sondern da hinten steve und ich gehen durch den haupteingang und lukas und lukas auch als falsch schon am weg zum eingang verlaufen hat er gut gemacht mal so leute oberste priorität ein furzkäsen finden auf geht's ja jeff passt bitte auf das ist schwierig jetzt gerade den ich was da wieder gehört zu spät das könnte passieren ja da ist nichts mit rechtsklick kannst du links und Noch zwei weitere Linke. Was? Ist es mit Taschennappeln? Da ist ein Jump. Fuck off! Wir haben einen Mann verloren. Ich wiederhole, wir haben einen Mann verloren. Lukas meinte fuck it. Black Hawk down! Hä? Ja, da müssen wir jumpen. Nein. Da ist noch eine Platte. Okay. Ich steck die Platte unten im Pussel mit einer eigenen Dau. Ja. Ja, da gehts nicht weiter. Da müssen wir eigentlich da drüber. Ich probier mein Glück. Geh weg! Charonimo! Man down, man down. Eni hat's erwischt. Ich hab mal den Zweifel weg. Ja, er ist im Torred gestorben. Ich kann den gleich ausstellen mit mir vorbei. Auf dir ist ein Vieh. Auf dir ist ein Vieh. Du Facehugger hat dich. Bis jetzt aus. Glotze ans Schiff, Glotze ans Schiff. Da ist ein Facehugger vor uns. Wir bringen mal die Sachen zurück zum Schiff. Wir holen eine Schaufel. Kannst du einen Paradies beamen? Alles gut. Hallo, tote Freunde. Moin. Na, was hat euch erwischt? Also, Lukas war der Sprung des Todes. Das hab ich mitbekommen. Aber... Bei mir war es das Truex. Ja, die machen da eigentlich nichts. Ah. Jetzt geht er da rechts durch. Ich kann leider eben schnell weg beim Truex. Und dann da rechts. Was hat dich erwischt? Äh, so ein Kopfspringviech. Ah, ich hab den... Also, ich hab den Sprung geschafft, den der Lukas nicht geschafft hat. Und gleich... Kannst du mir die Truex... Auf der anderen Seite... Ähm... Ist mir so ein Viech ins Gesicht gerungen. Das war... Sehr unangenehm. Ja. Das letzte bisschen Hirn ist weg. Ich hab Schlüssel. Hallo? Hört mich jemand? Ja, ich hör dich. Ich mach den tollen mal wieder aus. Ich muss das auch hören. Hört mich nicht. Ist Eni tot? Eni ist tot. Lukas ist tot. Heule, wir sind gerade am Schiff. Sekunde. Aber viele tot hier. Ja, Eni hat einen Facehacker erwischt und Lukas ist runtergefallen. Äh, Steve, nimm da den Schaufel. Oder das Schild da. So, Johnny, hörst du uns? Was? Stopp, 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 stopp. Äh, Paladin ist tot. Ja, Paladin ist schon am Schiff. Genau. Ich hab da... Da müssen angeblich noch Sachen sein. Aber da ist eine Turret und eine Tür. Da müssen... Da müssen vielleicht noch mehr Leute rein bei mir. Ja, wir haben da einen Jump mit dem Facehacker noch. Ja, dann mach dir das mal da. Gut. Watt, okay. Ja. Also da lang. Ja, hast recht. Rechts, ich glaub ich drückt heute. Hallo, Reune. Nein. Hallo. Hallo. Bei dir waren noch ein bisschen... Alter, da war ein Treppenhaus. Ich weiß nicht, ob's da weitergeht. Ja, ich weiß halt, ich hab absolut keine Ahnung. Du musst das Turret und Jump nicht verkacken. Ich will sehen, wie Klozzi oder Steve sterben. Ja, dann krieg ich dir am Arsch. Vielleicht auch beide. Beide wär auch gut. So, Steve und ich sind jetzt drinnen. Komm rüber. Super. Wenn das Vieh auf meinem Kopf ist, einfach zu schwer. Und jetzt direkt ein Gegner. Ich weiß nicht was. Also ein Gegner. Ich glaub ein Facehacker. Da oben an der Decke höher. Ja, da zurück. Da ist eh nicht. Und da unten? Ordner. Hast du zugegeben? Na, da rechts unten ist ein Schlüssel. Hast du zugegeben? Na, da rechts unten ist ein Schlüssel. Was? Soll ich das droppen und ich... Na, äh, lass das Schild und, äh, ja. Gut. Passt. Dann lassen wir mal den Facehacker und wir gehen weiter. Weil da ist nur ein Key. Ah, Leute, die Keys seh ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Ich hab ähnliche Dachschild am Burnen. Ja. Geht nicht nach rechts. Da sind noch drei Gegner. Ich werd zurück in der Neuhausstelle. Draußen ist auch ein großes. Da sind Gegner, also zwei Gegner vor euch. Na, 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 na. Ja, da ist sowieso Dampf. Da sehen wir nicht. Einer kommt, einer kommt. Der kontrolliert. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, dann zurück zum Schiff. Also eben da geradeaus zum Kick nach. Und das jetzt links von dem, der gerade gejumpt ist. Ah, genau nicht. Ja, komm. Gut. Das ist noch mit. Ah, links von euch ist auch einer drinnen. Da, wo ihr war. Ja, genau. Wir kommen zurück. Warte mal. Eigentlich hätten wir einen Facehager mitnehmen können. Ja, wurscht. Der bringt... Ja, aber der Schlüssel ist zwei Cent wert. Ja, für einen anderen hätten wir das... Ich komm von der Leiter nicht runter. Ehe drücken. Ja, bitte nicht. Wie schaut's aus, Gegnermäßig? Draußen ist auf jeden Fall die Glanz über. Oh, hi. Ah, lol. Ah, lol. Ah, lol. Ah, lol. Ah, lol. Ah, lol. Ah, ich hasse die Würmer. Nein. Du Hund. Ich war der Leiter. Ja, da ist ein Wurm, der hat alle anderen gefressen. Und zu zweit. Nom, 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 nom. Ah, soll ich gestern. Es geht nicht, weil der Wurm frisst die und dann kann man den nicht wiederholen. Ah, Gott. Na ja. So, da hat er auch die Gegenstände, ne? Ja. Ich hab gedacht, da ist ein Dings, da ist ein, ähm, na, so ein Lautstärkevieh. Ja, schau. Kann ich eigentlich während dem Starten draußen stehen? Ähm, während dem Starten ja, aber du musst reingehen, dann stirbst du. Wo ist der Steve jetzt? Ah, ja. Also, Steve ist tot. Ich werde rein teleportiert. Grüß dich. Die sind beide gestorben. Die sind alle nur. Geil. Ja, Mann. Zuerst mal, dass ich nicht verweckt bin, alter, wirklich. Pah, Paladin ist einfach nur so ein Starret reingelaufen. Ja, digga, ich konnte auch nicht weglaufen, alter, was soll ich denn machen? Ey, der ist jetzt reines Chaos. Ich komme in die Ecke, hier auf einmal liegt der da. Hä, ne, Leute. Das macht Spaß. Bestem mehr, desto funnier. Da steht einfach Maximum, okay im Prinzip, permitted in this room. Vier. Hier sind sieben. Kannst du aufhören? Gut, aber es sollte, wenn wir uns aufspritten, sollte halt immer eine Schaufel dabei sein, dass man uns schlagen kann. Halla, die war eigentlich mein Schaufel, Mann. Ja, eine Schaufel. Ja, hier, hier. Ja, die Schaufel hat mir den Schaufel nicht gebracht. Ey, ich bin bei dir. Oh, man kann den Facehacker töten mit einer Schaufel. Ist schon sehr exciting. Ja, aber der war auf der anderen Seite und ich bin als erstes rausgekommen. Nein, wir hatten ja keine Schaufel dabei. Nein, wir hatten ja keine Schaufel dabei. Nein, nein, die sind... Nein, die Facehacker nicht. Aber selbst wenn, was hätte man gemacht, dann hätte einer von euch mit rüberspringen müssen nachher. Ja, der Facehacker braucht ja eine gewisse Zeit, bis du stirbst. Das heißt, ich hätte geleuchtet, es lief da rüber gesprungen und dann einmal draufhauen. Ja. Aber wir haben nichts zum draufhauen gehabt. Ja. Okay, das heißt, du bist schuld. 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 Ich seh da 350. Wir brauchen fast 400 in zwei Tagen. Na gut, wir können auch die einfachen nehmen, wenn wir alles rausholen. Warte, du fährst vor und wie läuft der her? Wieso ist die Hupe an dritter Stelle? Viele Wocky-Tockys haben wir noch. Einer ist wahrscheinlich da wieder. Hier kauf ich zwei neue. Alle haben Arbeit, wir laufen. Nächster Aufstieg, nächster Mond. Wie viele Taschenlampen haben wir? Ich hab eine. Wann sind wir denn da? Einer haben wir da wahrscheinlich. Moment, wir müssen erst einkaufen. Wie viel soll ich kaufen? 5, 6. Nimm 6. 5, 7. Kann ich mir gar nicht leisten. Wir haben 125. Taschenlampen kostet 25. Schaufel 30. Jetzt wird der schwer Alkoholiker. Schwer Alkoholiker auf zwei Mal. Schaufel ist ein. Ja. 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 Warte in Rechtshalts Taschenlampe. Jo. 5, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Wir gehen jetzt auf die Einzelhandel. Jetzt ein bisschen. Sollten wir den, guck mal, der hinten. Ja, ich glaube, ich brauche nicht jeder Taschenhandel. Ja, ich glaube, wir haben drei Taschenhandel. Naja, tschüss. Wo ist meine Schaufel? Meine Schaufel ist weg. Da, hier, hier, hier. Könnt ihr euch ausstatten? Wo können wir uns ausstatten? Nein, da zum Planeten kommt's. So. Leute, bitte hört's jetzt auf mit dem Teleporter, dass man mal ordentlich reden kann. Wir haben drei... Drei Wokitalki. Gut, ich auch mal wieder Wokitalki. Wir reden wieder mit irgendwen mit der Wokitalki. Ja, 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 ja. Ihr müsst fast alles raus wollen. Jawoll. Wo ist das? Da soll da gleich der Erdrop runterkommen. Wo ist Team Glotzi? Ja, das Team Glotzi. Das Team Eule? Das Team Eule. Team B. Team B, Alter. Team B, Junge. Ja, Team B, Alter. Von mir aus können wir los. Hast du schon Gokitalki? Nein, das kommt doch gleich. Ich darf jetzt so lachen, wenn wir einfach alle erschlagen werden oder so. Zack. Drei Weg. Ja, ich will nicht lachen. Lange mal gesehen. Die waren's. Die haben alle nicht gehalten. Gut, Steve, nehmen wir eine Schaufel. Au. Danke. Au. So, Team B. Team B. Ich glaube, sie hat walkie talkie. Da ist ein Schaufel. Da ist alle, da. Da. Also Eule ist, glaube ich, allein unterwegs. Team B. Team B. Team B. Team B. Team B. Team B, komm her. Nein, Eule ist auch bei uns grad. Test. Test bestanden. Stark. Tatsache. Ruhenden ist Main Amount. Steve, Annie und ich gehen rein. Man. Tatsache. Nach rechts ist Ruhenden, aber ich glaube, er ist nicht. Du musst die Fire doa. Wie sollt die Fuß da auch bemerken? Ich rei, schön da auch. Wo ist gerade nicht? Hier. Wo ist hier? Hier unten. Da. Hinter euch. Hallo! Lukas ist da vor mir. Gehen wir hoch oder? Gehen wir hoch? Ja. Es gibt immer Spinne, jetzt bin ich da weitergegangen. Oh, lass mal Spinne. Was? Wo ist die Spinne? Die Spinne ist beim Einladen. Meine Taschenlach ist leer. Ja. Die Spinne ist auf und zurück. Kannst du einen Pfeiler machen? Wie ist der? Ja, ein Spinne. Wenn er nicht, ist er außen. Gut, oben. Warum nicht? Äh, Spinnennetz voraus. Ja, das hat Spinne irgendwo, oder? Muss ich nicht angreifen, wenn ich das sehe? Ja. Ich glaube sie bei euch ist nichts außer dem Gegner. Fünf, zwei. Ich seh doch zu. Ja, bei uns ist Spinne. Ja, geht zurück. Da ist die, da ist die. Vorsicht, da war was. Geh zurück, was macht ihr? Ja, ja, wir gehen ja schon zurück. Ah, landen wieder. Landen wieder. Jungs, kommt es da mal her. Gehen wir da lang. Gehen wir da lang. Treppenhaus ist soweit ruhig. Da ist mal Metall. Eintüten. Oh, da ist ein größerer Raum. Gehen wir da lang. Okay, Klotzi, wenn du jetzt rechts gehst, gleich rechts nur. Ne, ja da rein. Da ist ein Gegenstand. Oh! Da sind zwei Gegenstände und die Feuerausgangstür. Hallo? Wo seid ihr denn? Da waren, glaube ich, die anderen schon. Ja, stimmt. Aber recht ging es doch, weil ich ist das Spinne. Da ist einer. Hallo. Servus. Leben die anderen noch? Ja, ja, die waren vorne am Reingang. Ja, ja, die waren vorne am Reingang. Einen. Einen. Ja, hier geht's doch weiter. Na, hier geht's doch weiter. Hast du weh? Ja, hier. Hast du weiter jetzt. Ich dachte, ganz kurz, es liegt an der Ecke. Okay. Wir gehen doch nicht in die Richtung. Ist das eine Spinne? Ich meine, am Reingang. Ist das eine Spinne? Ja, wenn du eine Spinne nennen hast, muss auch eine Spinne hier sein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, shit. Ich bin nicht mehr so. 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 Nimm mich hoch. Warte, wie? Bedeutung? Ja, ja. Vorsicht, da geht's runter. Wir müssen noch mal rechts jetzt, ne? Ja, da rechts. Eier, bist du still? Naja, ich habe nur 5 Pfund. Genau, da geht's hoch. Und da sind wir eigentlich gleich bei der Vorausgangstür. Ich weiß noch, wer das fucking Glück hat. Glück ist. Mein Sohn. Wer ist der Tote? Wie hast du die Spinne überlebt? Mein Sohn. Warte, hab ich euch gleichzeitig teleportiert? Ah, Jesus Christ. Bin nicht so schnell. Ja, ich glaube das schaffen wir eh nicht mehr. Nein. Ja. Welcher Beidel hat denn da auf den Knopf gedruckt? Ja. Gut. Wir werden den Frieden wieder haben. Der ist gut. Wir waren der Spezialist schon wieder. Ich bin in Frieden gestorben. Alter. Ich hab's gerade zu überlebt, Alter. Ich hab Paladin. Groß Paar. Da ist Paladin. Was passiert? Digga! Keine Ahnung, ich hab... Ihr habt mich bei der Spinne zurückgelassen, ihr Falzen, Alter! Nein! For real! Ich bin in der Sackgasse! Ich bin in der Sackgasse mit Lukas! Die Spinne kam auf und zu und ich wurde in dem Moment telekratiert! Ihr habt mich, Alter! Ihr habt mich bei der Spinne allein gelassen! Ihr seid einfach weg! Ihr habt mich nicht gesagt, ob der Lerche gerettet, mein Sohn! Das erste, wenn die meisten, also die Hälfte, Tode ist, dass wir über die Abstimmung reden und nicht, dass einer direkt die Abstimmung gestartet. Es wird überhaupt nichts abgestimmt! Was ist da los? Gut! Ich weiß ja wer es war, das war Dave Lukas wieder! Nein, das war Paladin! Nein, der war ja tot! Ja, Paladin! Weil Steve und ich sind da gerade am Weg zum Schiff zurück gewesen! Das war eigentlich von vorne und hinten nicht! Wie viel brauchen wir eigentlich? 700! Wie viel Zeit haben wir noch? Eins! Einen Tag! Oder was? Für wie viel? 200! Ja, ich geh jetzt auch mit rein und dann gehen wir voll riesig! Für 5! Für 400! Vielleicht nehmen wir auch einen... Okay, so! Wir könnten dann Schlüssel mitnehmen auf jeden Fall! 467! Ja! Wo gehen wir hin? Ja! Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Also wir haben einen leichten, der Preis ist einen mittleren! Und noch so mittler! Ja, dann schauen wir mittler, dass wir Dings, dass wir entsprechend vielleicht dort besseren Lut kriegen! Okay! Wir kennen halt die Map nicht, die hatten wir noch nicht! Ja! Ich auch nicht! Wir sind schlecht! Äh, kannst du irgendwie eine Lampe oder was? Naja, wurscht! Ich nehme einen Schlüssel mit! Ich verspüre Angst! Wir haben 8 Geld! Ja, da kriegen wir nichts! Ja, da kriegen wir nichts! Wieso ist das? Das gehört einfach mal weniger! Schaufeln sind auch alle weg, oder? Hä? Das Geld wird immer mehr! Nein, ich wurscht! 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 Jungs, ich beginne gleich zum Kicken! Ich sag's euch! Okay! Wir brauchen... 290! Brauchen wir! Brauchen wir! Brauchen wir! Brauchen wir! Brauchen wir! Extra! Pass! Wetten! Wetten! Hast du durchs... Hast du den Mondschweuer drinnen? Ja, ist drin! Bust an! Bust an! Bust an! Bust an! Bust an! Bust an! Ich geh jetzt ohne Walkie-Talkie! Einfach da sein! Bum! 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 Da oben ist der Main entrance links! Bum! 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 Das heißt hier können wir hoch! Ach da ist das da hinten! Ah, das ist der Planet ist das! Bum! Ja hier! Bum! Team B! Team B! Team B! Team B! Team B! B! Borussia! Nee! Das lassen wir lieber! Ja! Glauben wir das im Büro sehr lang! So! Einmal da lang! Team B! Team B! Team B! Einmal da runter! Und dann rein in die gute Stube! Team B! Ah! Team B! Team B! Team B! Gut! So! Warte mal das Feld wäre! Jetzt ist einer draußen geblieben! Warte mal! Warte mal! Das war der Lukas! Da war... Er war... Er war... Er war... Er war... Oh Gott! Ja! 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 Ok! Da ist ein Scham! Schlüssel! Lukas! Geh mit Team B mit! Danke! Schleif dich! Soll ich sie probieren oder? Ok! Äh... Anscheinend kann man da rum da rum gehen! Hahaha! Ne! Die Richtigste wieder! Hahaha! Warte mal! Warte mal! Hallo? Ok! Über die Lampe bitte vorgehen! Ich hab keine Lampe! Ja! Äh... Inni hat da die Lampe! Lukas bitte! Geschütz! Geschütz! Nicht schießen! Inni komm mit! Inni! Inni! Ja! Scheiß auf die Tröte bitte! Ich will aber die Tröte raus! Du hast es geschützt! Ok! Da ist nichts! Sack! Super! Da ist eine Fernbedienung! Ich komm! Ich komm! Nein! Ich komm! Da! Da! Die weg! Hahaha! Was geht da ab? Oh! Hahaha! Juuungs! Wie geht da lang? Wir müssen glaube ich Strand vorbei! Team B! Team B! Team B! Team B! Team B! Eh! Yo! Lampe! Team B! Lampe links! Du stirbst gleich! Starks! Starks! Schleim! 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 Wir müssen einem Turm vorbeigehen glaube ich! Team B! Schleim! Wir müssen dahinter vorbei! Wir müssen dahinter irgendwie! Wir müssen dahinter irgendwie! Dreht meine Vorsicht! Achso! Ich wollte kurz schauen was das ist! Links vorbei gehen! Ich wollte kurz schauen was das ist! Ok links ist nichts! Sehr schön! Rechts halten! Halt sie! Meine Vorsicht! Ja! Da ist nichts! Anderwand halten! Gut! Ja! Dann müssen wir an einem Geschütz vorbei! Hilft nichts! Wir rennen vorbei! Ich tue es! Spinne! Oh! Servus! Nein! Team B! Hat du eine Schafel mit? Hat du eine Schafel mit? Ich hupp jetzt immer! Die braucht 5 Schläge die Spinne! Ok! Team B! Hat einer für eine Schafel! Oh Gott! Spinne! Spinne! Nein! Hinter dir ist der Schleim! Ähm! Hat er die? Ah! Die Spinne bekämpft du Hut! Vorsicht! Schleim kommt! Schleim kommt! Nein! Doch! Die Spinne ist tot! Team B hat er die Spinne bekämpft! Hat er nicht gemacht! Team B ist ja richtig krank! Tätig Chinesisch! Ach du schleimt! Ja! Ach du schleimt! Ja! Raus hier! Du musst springen! Wir müssen da rüber! Scheisse! Ja! Das ist nicht das selbe! Wer ist er? Weiß ich nicht! Wir haben halt nicht genug Loot! Mit Geschütz könnte man vorbeirennen! Aber das ist eine Sackgasse oder? Da ist nichts mehr! Da ist nichts mehr! Müssen wir was anderes finden! Gibt es ja Feuerleute oder so? Aus der Ferne! Ja gibt es sicher oder? Wo ist denn das Schiff? Hallo! Weiß einer wo das Schiff ist? Hallo! 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 Excuse me! Excuse me! Wo ist das Schiff? Hallo! Was war das? Ah! Du hast es auch gehört? Okay! Ja! Das klingt groß! Mr. Beast davon! Push! Oh! 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 Das ist nicht gut! Hallo! Oh! 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 Ja, ich bin gefressen worden. An was bist du gestorben? Geht er jetzt hin? No, no, no! Es ist egal. Ah, den ist er gestorben. Ah, den ist er gestorben. Ach, der ist rechts hin! Ach Gott, ey! Der Rettetzug feiert hier. Ah, du hast die Feuerzüge oben. Tatsächlich, da hast du feiert, da hast du es. Da hat einer an deiner Stelle. Das Ding läuft einfach. Volltempo, du glaubst das war's. Was war das denn jetzt? Der Wurm. Das ist auch ein geile Wurm. Der geile Wurm, oder? Hat ihn auch noch nicht. Ja, ne? Ja, die Rapper hat gar nichts gebracht irgendwie leider. War ja aber leider ganz spannend heute. Du musst mein Kiel nicht aufgefüllt. Ey, du musst mein Kiel nicht aufgefüllt. Paranoid. Employee. Boah. Bei mir wurde mein Kiel nicht aufgefüllt. Was soll das? Na okay. Oh. Oh no. Was passiert jetzt? Ich glaube, wir werden jetzt alle sterben. Alter. Na dann. Fangen wir da eigentlich wieder bei der ersten Stufe an? Keine Ahnung. Ja, wir fangen leider wieder ganz nach vorne an. Ah, okay. Ja auch. Wir müssen alle kurz sterben damit das Resetil. Ich würde gerade sagen, der Tank bringt jetzt eh nichts mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Ja. Können wir nicht einfach wieder fliegen? Na ja, ist alles sehr gut. Ey, fliegen geht auch. Ja, aber wir könnten auch jetzt kurz nach der Feuertür schauen. Oh, wir fliegen. Na ja. Nein. Wiedersehen. Fuck you. Schweine. Ich stehe doch raus. Ich stehe doch raus. Wo ist das? Wo ist das? Einer der noch rausgefunden ist im Flug. Äh, warum haben wir jetzt eigentlich nicht geschaut, wo die Feuertüre ist? Weiß ich nicht mehr. Ich war irgendwo draußen unterwegs. Auf einmal das Ding fliegt los. Einer springt noch raus. Wo die Feuertüre ist. So, sind wir jetzt bei 0 wieder. Ja, aber okay. Egal. Ne, wir sind immer noch nicht bei 0. Ja, gut los. Jetzt los. Jetzt los. Jetzt los. Jetzt los. Ich bin scared. Wir sind hinterm Schränken. Manchmal knippt man dann so. Ey, leider nicht. Hui. Baust. Ich wollte noch ein neues Glück für dich sagen, wa? Ja, wir haben wieder unseren Schrank. Ja, wir haben wieder unseren Schrank. Ich bitte.